ja ich habe diesen Test, damit die Menschen mit sich zufrieden sind. Er ist extrem leicht. Folgt einfach den Pfeilen. Folgt einfach den Pfeilen? War das nicht dieses ganz große Ding gerade? Was war das? Es gibt keine Pfeile mehr. Viel Glück. Was? Ah. Hi. Du kannst es nochmal machen. Ich bin... Ach du heilige, was von lustig gewesen hier. Haben wir die letzte mal hier umgestartet? Ja, das ist glaube ich ein Checkpoint sogar. Offen durch zu... Hä, ne. Hä? Mach mal da oben. Genau. Ach, ich bin so verbirgend wie man manchmal hier hin und her läuft. Hä? Hä? Nein, hier kommen wir her oder... Nein. Nee. Ach, genau. Hä? Jetzt kommt das, was wir meinen. Genau, jetzt kommt das, was wir gedacht haben. Nein, nein... Nicht tot? Tot? Du? Nee, du. Nein. Wo bist du? Ich bin hier. Also... Ich hab gedacht, du bist gestorben und bin ich gleich zurückgegangen. Ah, warte, hier hast du irgendwas mit deinem Portal noch gemacht, das weiß ich nur. Ich würde sagen, so hier und so hier. Wo kommt die Plattform auf einmal her? Hä? Wo ist überhaupt das Ende? Fragen wir mal so. Ich weiß es. Hi. Das ist da unten. Also man muss hier halt Speed gewinnen. Ach genau, da oben ist ja der Ausgang. Also... Da. Genau, jetzt mal hier drüben wieder so ein Portal setzen. Aber was war denn das? Also jetzt habe ich... Jetzt muss ich hier... Einfach mal ausprobieren. Aber warum hast du nichts im Portal setzen? Ach so, du warst vor mir. Okay. Ähm... So. Und jetzt mal irgendwie das Portal wegnehmen. Damit du runterfliegst. Äh hochfliegst. Genau. Äh... Jetzt. Ha! Mensch sind wir schlau. Der Erfolg bei diesem Test beweist, dass die Menschen Unrecht hatten. Sie hielten ihn für undurchführbar, tödlich, grausam. Hä? Ich habe gedacht, das sah ein bisschen groß aus. Deswegen. Ja und dieses Testobjekt war beid. Die menschlichen Testobjekte forderten für den nächsten Test Helme, um Hirnverletzungen vorzubeugen. Was? Ich wählte die kostengünstigere Variante. Tödliche Schmiere. Hi. Hallo. Das musst du deins hier und... Äh... Irgendwo anders noch mitmachen. Äh... Ah ne warte mal. Wir müssen noch hoch. Okay. Ah. Hier. Hier musst du es hin platzieren. Hier. Hier musst du es hin platzieren. Ähm... Warte es mal irgendwie höher oder so. Ah okay. Okay. So. Hi. Ähm... Warte. Hier oben ist schon mal das Ziel. Also wir hätten es so geschafft, dass du ihn leider jetzt nicht runtergehst. Ah! Hä? Ich bin durchgegangen. Ähm... Hallo? Warte. Ich glaube ich muss aber auch jetzt so ich ja. Ah. Warum bin ich durchgegangen? Ähm... Ich glaube ich muss aber auch jetzt so ich ja. Ich bohre zuerst hier oben. Das hier. So. Das ist natürlich jetzt ein bisschen falsch. Jetzt musst du runterkommen. Du musst da in ein paar Teile sitzen. Genau dort oben noch. Ja. Da. Komm. Ah! 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 Jetzt verstehe ich das mit dem Helmschutz. Oder Helm an sich. So. Warte. Oh jetzt bin ich runtergeflogen. Ah! Ah! Was habe? Hä? Nein! Was machst du? Wo bin ich jetzt? Ah! Ah! Vielleicht komm! Halt! 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 Kannst du das Portal hier über mir setzen? Halt! 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 Du musst das wieder so, so... Halt! Ja, ich bin... ... so rüber machen. So. Halt! 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 Oh, naja egal... Ist egal... So, stopp bevor du springst, müsste ich ja springen, weil du hast ja um das Portal gemacht! Sprich! Jo... Jetzt kannst du nämlich! So! oh halleluja damit alles noch aufregender wird bat ich die montageeinheit euch nicht neu zu montieren verständlich das wäre als würde man nicht bitten mit den testen aufzuhören es wäre dennoch aufregend gewesen ich fänd es so geil was man machen kann hohohohoho ich glaub mir erstmal schlapp Leutchen von heutchen, ich würde mal sagen, der Wort ist hier beendet, hier erstmal zu schneiden, das wird wieder ein glacker Horror, aber ich nehme natürlich mit dem Kunden da drüben nochmal einen zweiten Part auf, ich würde sagen, wir dance jetzt einfach mal hier ab, weil es einfach so geil ist, diesen Part zu machen mit dem Kunden da drüben, äh, schreibt mir in die Kommentare, ob euch das ganz gefallen hat oder auch nicht, daumen nach oben, daumen nach unten geben, abonnieren, wer es noch nicht gemacht hat, beide empfehlen, natürlich auch sehr wichtig und geht natürlich auch auf Bytes, Genau, und dann bis zum nächsten Mal, sagt, wenn man es hört, tschüss.